Let's Hardcore Parkour Jump Nailed it Easy Aua Ah, ich weiß was jetzt kommt Nämlich nicht die Shotgun, nämlich das hier Nein, runter Ah, Parkour Geil Ich warte dem Das nochmal ab Hü Ja, nice Das war knapp Das war viel zu knapp Okay Moin J.Katayama Katayama, wie auch immer Dann störe ich dich mal nicht weiter Ich hoffe, Speichern Offerleiter ist kein Hä, ach, jetzt hab ich hier rausgetoppt Goddammit Weil hab ich ein Leben verloren So, die Access Card brauchte ich hier unten irgendwo, ne Das war knapp Nicht wieder hoch Leiter mache ich wahnsinnig Spinnen genauso Robert Cody Aus irgendeinem Grund kann man die aufmachen Was aber hier denn schönes Arbeitsanweisungen, ja ne, lass mal Ne Da kann ich hoch Hier muss ich scheinbar lang Gucken wir mal, was hier oben ist Hallo Ein Secret Heiß BFG Munition nehme ich Immer gerne Mit Kusshand Das ist das Ding, was zugegangen ist Speichern Das ist doch bestimmt wieder so dicker Ne Nein, das ist bestimmt wieder so Nein, das ist bestimmt wieder so einer Das ist ganz schlicht Easy Ich muss ja Raketen mehr verviel, wenn wir nutzen Ich bleib jetzt erstmal bei dem Was hat mich Ah, okay Lol Lol Solcube Tu deinen Job Natürlich den Falschen Natürlich Tötet er den Falschen Ah ja, über die Heilung sag ich trotzdem nicht Nein Über die Heilung? Sieht Äh Wuckelig aus Hier, hier könnte ich Hier könnte ich wohnen Das ist genau meins Gott Kekodemons Und was war das andere noch? Ein Kekodemon Double kill Ich kann das nicht Ah, diese Physik in dem Spiel Ist der Hammer So Bein juckt Hier oben gab es noch Ach nee, da muss ich gleich Speichern Muss ich selber Genau Genau und jetzt kann ich hier rüber Zum Längen Da fuck Ich hasse sowas Oh je Easy Ich weiß nicht wieso ich den Raketenwerfer nie regelmäßig benutzt hat früher Aua Das tat weh Deswegen wahrscheinlich In großen Offen In großen Offenen Gebieten ist das Ding natürlich super Aber in so Engen Korridoren Weniger Ich höre es doch schon wieder krabbeln Oh leid Oh leid Deswegen benutze ich Okay Er hat halt den Boden festgesteckt Jetzt auf dich hörst doch krabbeln Da sollte ich nicht runter Ne Da sollte ich definitiv nicht runtergehen Spooky Speichern Alter ist das Ah ist das hektisch Für diese Aussage sollte ich eigentlich geschlagen werden von Doomfans Er spielt da Doomspielen und wundert sich dass das hektisch ist Noch einer hier Soulcube Ich brauche dich Soulcube Ich brauche dich Ich brauche dich Ich brauche dich Oh doch nicht Okay Oh Was Was Wie bescheuert war das denn Richtiges Trollgame ist das geworden Ich brauche es denn Ich brauche mich nicht so Ich brauche mich nicht so Ich brauche sie mit den Wettbewerden hier gibt es aber stimmt war zu entdecken oder auch nicht ist eigentlich generell bei mir im stream soll ich spiele nach lust und laune war nicht also war nicht streame was ich dabei spiele aber das ist bald mal wieder dran ich denke mal also diese woche auf jeden fall ich weiß noch nicht genau was aber gibt ja genug möglichkeiten denke mal aber ich lege mich noch nicht darauf fest dass ich erstmal wieder ein casual run mache und dachshunds 1 oder wenn mir was wenn ich wirklich bock auf irgendwas habt dann vielleicht ein challenge run mal gucken wie gesagt wie ich halt bock habe aber diese woche wird auf jeden fall dachshunds das ist jetzt ist das ist noch nicht ist noch nicht der letzte level oder oh no oh no oh no oh no big big oh no big oh no big oh no scheiße das hätte ich besser machen müssen sollcube ist ready ich glaube den schmeiß ich auf ich kill den archweil marketenwerfer speichern pack ich sollcube und dfg aus so für den ersten so erledigt so hier geht es nicht lang oder komme ich später ich brauche eine access card ok ach ja doch klar ich weiß ja er ist der vorletzte level stimmt wie konnte ich den part vergessen ach komm genau dann sport 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 er viele der nach nutzlosen fiecher so die ausgrabungsstätte storage room elf key ist das weiß gar nicht ist der das ich guck mal eben das ist der raum den und geil war das der hier aber das habe ich das jemals war ich immer hier drin keine ahnung aber da ist jetzt nix okay ist aber noch hier kann man noch mal munition aufstocken okay gut zu wissen gut zu wissen oder waren das alle warum habe ich überhaupt getötet ich muss doch gar nicht mehr hin oder So, dann haben wir das auch erledigt. Perfekt, dann kann es weitergehen. Ähm, ähm. Okay, ich war gerade... Äh! Da oben gibt es Zellen, äh, Plasma-Munition, aber... Ah, brauche ich nicht. Der kann zwei gleichzeitig spawnen. Roll. Wieder was gelernt. Kann er nicht, wenn er tot ist. Hehe. Huch. Was ist denn mit all den Standardgegnern? Könnt ihr mir mal was schwereres hier hinwerfen? Für eine Challenge oder so? Nein, Imps und die Viecher. Für Profi wie mich ist das ja wohl viel zu einfach. Aha. Äh, aha. Ein Video. Kommt jetzt nicht. Das meinte ich zwar dich. Ich habe verkackt. Natürlich. Ich renne davon rein, das ist ja fast voll. Aber hey, kaum sage ich es. Ich will härtere Gegner. Schmeißen sie mir ein Barrel oder Fall. Hingegen. Finde ich gut. Gutes Spiel. Joach. Aha. Easy. Speichern, denn. Speichern, denn. Spini. Zwei sogar, stimmt. Nice. Gegner, der sich ungefähr so schnell bewegt wie ein Panzer und ich schieße daneben. Mit so einem Geschoss. Ja genau, töte die kleinen Spinnen damit. Easy. Ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist nicht gut. Aua. Speichern. Ich habe 30 Sekunden Fortschritt gemacht, dann muss ich mal wieder speichern. Darf ich nicht vergessen. Ah. Ist das nicht, wo der DLC anfängt? Spoiler. Doch, das dürfte hier sein. So. Dann. Primary Excavation Site. Letzte Level. Mal alles voll machen. Finde ich gut. Da oben ist nur Leben. Hier rüber kann man da hoch, ne? Hopps, hopps, hopps. Hopps. Ähm, hopps. Perfekt. Okay. Ein Easter Egg gibt es hier in dem Level noch, abzustauben. Ziemlich geiles. Ich habe jetzt keine Dokumentation abgucken. Das stimmt nicht. Könnte ich anmachen. Ich liebe die Optik von dem letzten Level. Na, die Atmosphäre eher. So spooky. Ich hoffe, ich hoffe, ich... Nee, kann ich nicht. Ich kann sagen, ich hoffe, ich laufe, ich habe Easter Egg vorbei, aber das... Das ist fast unmöglich. Also, das ist nicht unmöglich, daran vorbeizulaufen, aber... Wenn ich daran vorbeizulaufen bin, bin ich schon mal selbst enttäuscht. Speichern. Hier nehme ich... It's Software. Downloading, PDA, It's Software. Finde ich ziemlich geil. Das ist hier... Äh. Da. Das ist hier jeder oder... Kacke. Von den großen Entwicklern hat hier jeder... Oder das sind die Art Credits, wo jeder noch so eine Art... Nachricht an den Spieler oder generell so ein... So eine letzte Nachricht hinterlassen hat. Das finde ich ziemlich geil. Or at least enjoyed the quick death map in noclipright to look at the secret. Finde ich ziemlich geil. Ja, dann wollen wir mal. So, leider ist der Bosskampf ein wenig... Unspektakulär. Es sieht verdammt geil aus hier. Aber der Kampf besteht halt daraus... Gegner zu töten. Die normalen Gegner. Und Soul Cube zu kriegen. Und ihm dann den Gegenkopf zu werfen. Mehr ist das leider nicht. Der kommt ran. Was ich ein bisschen schade finde, aber... Sieht trotzdem eindrucksvoll aus. Holy shit, das war knapp. Reicht das nicht, wenn ich immer DD mache? Ah, ne. Er pull. Aber hier ist zu wenig. Na gut. Ich hab ernsthaft... Ich hab die Leiche getroffen. Direkt vor mir war. Die direkt vor mir war. Wirklich? Da ist Leben. Sehr gut. Nein, er wird den... Doch nicht. Okay, findet automatisch den... Cyberdemon. Perfekt. Ich falle, glaube ich, fast runter. Äh, lol. Das war knapp. Ah, wo ist weiter? War's das? Ja. We mismos sind. Ja. Ja. Und. Und. Wirklich? 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 Das war's für heute. Wir haben einen Survivor, einen Marine. Vorpum, du hörst du mich? Du bist okay? Du hörst du mich? Echo 1, das ist Rikotsu. Prefere für Medivac. Copy that. Hast du einen Kaltler-Swan? Ja, Sir. Er ist tot. Roger Rikot-1. Was ist Dr. Petruger? Er ist nicht woher zu finden, Sir. Untertitelung des ZDF, 2020